Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Der Sturm ist nicht genug. Diese Seite hier werde ich zum Schluss öffnen. Das sind die Arctos Booster. Und hier habe ich noch eine ganze Reihe von Lugia Boostern und Panferno Boostern. Und da werde ich jetzt einfach einmal schauen, was ich dieses Video öffnen werde. Ich werde ein Lugia Booster, ein Panferno Booster öffnen. Ein Lugia Booster, ein Panferno öffnen. Ein Lugia Booster, ein Panferno öffnen. So bleiben hier noch vier Booster übrig für weitere Videos. Das wären dann in diesem Video. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Booster. Und so werde ich auch vorgehen. Hier haben wir ein Ryu, Vadribi, ein Togepi, Braulon, Dodo, ein Ata als Reverse, nicht Rhea. Und als Rhea haben wir ein Magnetzone. Dann haben wir eine Spezialenergie, ein Lattenecto, ein Togetic und den wohlbekannten Online-Code zu guter Letzt. So, hier haben wir ein Riolu, ein Zubat, ein Vadribi, ein Watzapf, ein Pipi, ein Pixie, Reverse, äh Rhea. Das ist doch geil. Und als Rhea haben wir ein Galakladi. Als Rhea, das ist auch recht herrlich. Als Vollholo, wohlbemerkt. Dann haben wir ein Fermicula, ein Krakelo, ein Togetic und wieder den Online-Code zu guter Letzt. Es wird jetzt hier ein bisschen trocken, das Video, ohne große Spannung. Ich werde hier einfach ein paar Booster öffnen. Sechs Stück. Hier haben wir zum Beispiel ein Shiggy, ein Filidoo, ein Strawickel, ein Praktibalk, ein Watzapf, ein Bisofunk. Als Reverse Rhea. Und als Rhea haben wir ein Matrifol, ein Fermicula haben wir noch, ein Phonifras, ein Klickklack und den Online-Code. So, bleiben mir noch genau drei Booster über. Dann habe ich hier noch ein schickes, schickes Lugia-Booster, welches ich jetzt sofort öffne. Hier haben wir ein Zuro-Keks, ein Unratütox, ein Nagelotz, ein Quabbel, ein Geronimatz, ein Galagladi als Reverse Rhea. Und als Rhea haben wir ein Bisofunk. Dann haben wir ein Akromat, ein Fahrrad, ein Lucario. Tja, und den wohlbekannten Online-Code wie immer zum Schluss. So, weiter im Text, ein Confirno-Booster. Hier haben wir ein Chelast. Dann ein Smogon, ein Trassler. Unratütox, Magnetilo, ein Phonpy, Reverse, nicht Rhea. Und als Rhea haben wir ein Iro-Keks. Dann haben wir ein Team Plasma-Rüppel, ein Gelatropo, ein Sonnfell. Und den Online-Code. Weiter geht's hier im Text. Wir haben hier ein Damping-Jungen. Ein Felilu, ein Quickel, ein Riolu, ein Badibi. Oh! Manafi als Reverse Rhea. Mammutel als Rhea. Plasma. Mammutel als Rhea. Mammutel als Rhea. Mammutel als Rhea.